hallo liebe hungrige gelingen sichere einfache zubereitung vegetarische zutaten und ein lecker scharfer geschmack so lässt sich diese schnelle couscous pfanne beschreiben ein wirklich delikates leichtes gericht und wir brauchen dafür natürlich couscous öl gemüsebrühe orangensaft am besten frisch gepressten salz frische petersilie harissa diese scharfe pfefferschotenpaste ließe sich zur not auch durch currypaste ersetzen wir brauchen schalotten möhren und frischkäse am besten ziegenfrischkäse wir beginnen mit einigen vorbereitungsarbeiten die petersilie waschen trockenschütteln und klein hacken die schalotten werden geschält und spalten geschnitten und die möhren werden gestiftelt wenn er einen julienzschneider besitzt dann könnt ihr wie hier gezeigt auch diesen verwenden ansonsten nehmt halt ein messer nun geben wir circa drei esslöffel öl in eine pfanne wir erhitzen es und geben dann die gestifteten möhren hinein auch die in spalten geschnittenen schalotten dünzen diese nun darin an rühren mal durch dann salzen alles durchrühren nur noch so eine minute dünsten lassen dann den orangensaft dazu gießen und alles so ein bisschen einkochen lassen jetzt die brühe mit reingießen salzen alles kurz aufkochen lassen die hitze reduzieren so also mittlere hitze jetzt bloß noch und dann deckel drauf und alles so für zehn minuten garen lassen so sieht es jetzt also aus und nun kuskus mit dazugeben einfach rein mal durchrühren deckel wieder drauf und vom herd nehmen und zugedeckt jetzt so für circa zehn minuten ziehen lassen und damit ist unsere kuskus pfanne fast schon fertig noch mal umrühren und dann können wir auch schon auftun nur noch mit ein bisschen petersilie bestreuen und ein paar große stücke von ziegenfrischkäse drauf geben voilà es ist angerichtet sieht schon appetitlich aus und ist auch wirklich sehr wohlschmeckend von mir aus auch yummy den schärfegrad legt ihr ganz nach eurem geschmack fest ist ein leichtes gericht mit einer interessanten geschmackskombination ich wünsche euch viel spaß bei der zubereitung und dann recht guten appetit falls ihr allerdings lieber aus den möhren gemüsenudeln zubereiten wollt hier in kombination mit pute und erdnusssoße oder euch etwas ganz anderes zum beispiel ein schinken im brotteig lieber isst passt ja auch prima zu feiertagen dann habt ihr hier die gelegenheit über euer abo freue ich mich natürlich sehr bis zum nächsten mal tschüss bye bye